Hallo und Tag, herzlich willkommen die Leute vom Fortnite Belgier Shop Video. Heute gibt es wieder was Neues in den Shop und heute gibt es auch wieder Dinge, die mega selten waren und jetzt wieder gar sind. Und ja, mega seltene Dinge in den Shop. Alka Falka, ich kriege den Hartenplatz. Naja, ich hole mal an, wir gucken jetzt mal rein, los geht es. So, was haben wir heute schönes im Fortnite Belgier Shop? Ach, haben wir die mega Dame. Die war zuletzt im Shop gewesen vor 150 Tage. Jetzt ist sie wieder zurück, hat auch eine Lego Bayanke bekommen. Und die kostet Kaugen 500. Wie wacht? Das ist ein Marvel Charakter. Ja. So, dann haben wir noch diese Bisskacke. Die war auch zuletzt vor 150 Tage im Shop gewesen. Jetzt ist sie wieder da, die Bisskacke. Und wann war er zuletzt im Shop? Wann war er zuletzt im Shop? Er war zuletzt im Shop vor 97 Tage. Hat auch eine Lego Bayanke bekommen und er konnte auch Kaugen 500 wie wacht. So, liebe Freunde. Wann war er zuletzt im Shop? Gucken wir mal nach, liebe Freunde. Die Bisskacke war auch zuletzt vor 97 Tage im Shop. So. Wann war er zuletzt im Shop? Geh? Was haben wir noch? Okay. Nicht besonders. Go. Wir haben einen neuen Emote. Wie nicht? Mal gucken. Mal gucken. Okay. Gehälte Schäden hoch. Einnach ich da wach. Okay. Ergeki. Okay. Ja. 500 Wiebach. Danke. Keuer dafür. Ich finde... 200 Wiebach. Heke reich. 500 Wiebach ist Danke. Keuer. Gut ist ein neuer Emote, aber doch dem Keuer. So. 2 KG. Gänge haben wir gegen Appel hier. Bekommen. Er war Kulest vor... 2 Pochke Kage im Shop. Und er hat auch eine Lego Variante bekommen. Kaum 200 Wiebach Pochke Kage. So. Die necke gab es immer noch. Immer noch. So. Jetzt haben wir gegen Emote. Gegen Emote. War er gelten oder nicht? Wir müssen nachgucken. Weil ich glaube nicht Kage gelten war. Aber naja. Wir gucken mal. Das ist immer so. Kage haben wir alles zu finden. Er war vor 15 Kage im Shop Garth. Der war nicht gelten irgendwo. Aber der Pussy war vielleicht gelten. Der Pussy war gelten. Der Pussy war gelten. So. War die Mette Garth selten. Wir gucken mal nach. Liebe Freunde. Die war Kulest. Nee. Die war auch nicht gelten. War die gelten. Die war Kulest vor 191 Tagen im Shop. Also die war selten. So. Die Kulest kamen vor allem noch. Die war. Und das auch. Lego Bayanke bekommen. So. Hänger Hänger Galka. Vakulest vor 192 Tagen im Shop. Jetzt haben wir da. Hier haben wir noch. Die genette Dame. Die Vakulest. Vor. Alka. Höh. Alka. Ich hab doch gesagt. Ich zieg einen Haarstumpfack. Ich hab doch gesagt. Ich zieg einen Haarstumpfack. Alka. Alka. Falka. Giga Characca. War Kulest im Shop gewesen. Jetzt gehörst du Leute. Vor tausend Tage. Vor tausend Tage. War Giga Characca. Kulest im Shop gewesen. Tausend Tage. Nicht die Haarstumpfack. Aber mochte ich. Jetzt ist er wieder da. Tausend fünfhundert. Wie macht das jede Dame. Alka. Falka. Ich hab doch gar nicht die Haarstumpfack. Die Vakulest vor tausend Tage. Im Shop gewesen. Jetzt ist er wieder da. Weitere geht's. So. Dann haben wir auch die Gebisskacke. Die Vakulest vor. Jetzt kommt nochmal der Hammer. Die Vakulest vor tausend siebenhundert Tage. Im Shop gewesen. Die Gebisskacke. Tausend siebenhundert Tage. Jetzt ist er wieder da. Alka. Falca. Ich zieg einen Haarstumpfack heute. So. Gehengelgalka. Vakulest im Shop gewesen. Auch vor tausend siebenhundert Tage. Alka. Falca. Haargepackt vorprogrammiert. Okay. Gehengelgalka. So. Walka geht. Die Alko. Die Alka Musik ist immer noch gar. Immer noch gar. Immer noch gar. Immer noch gar. So. Das ist auch immer noch gar. Auch immer noch gar. So. Lieber Freunde. Wenn ihr euch heute davon was kaufen wollt. Vergesst nicht. Gehengelgalko. Fvm eingeben. Und auf allen drücken. Alka Falca. Mega seltene Dinge heute im Shop. Alka. Ich. Muss mich. Ach mal zusammengreichen. Mein Gott muss gleich noch einen ganzen Hauch. Warum gehe ich doch. Wurde mich gleich noch nachgepackt. Weil heute mega seltene Dinge im Shop. Heute Dinge im Shop. Die kaum Kale nicht unter waren. Alka Falca. Irgendwas Neues gehabt. Heute auch. Algo. Ja. Der Shop ist heute bombenmäßig. So. Bis zum nächsten Mal. Danke für's Zuschauen. Ich wünsche euch einen angenehmen Tag. Bis zum nächsten Mal. Nach dem Abo gar.